das ding habe ich voll rausgebracht nein 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 die dinge brauche ich auch noch das ist noch ein edelstein und jetzt hoch hier warum warum hält der hält der sich da nicht fest ich habe es ein edelstein weiter jetzt machen so hoch dann so hoch hinaus mit dem mit dem vorstück geht es hoch nein was macht er denn da also vielleicht nicht holen ich habe vollstück ich hatte jetzt ein bisschen schiss dass hier etwas passiert laser power laser power ich weiß nicht ob der magneten mehr weil sie voll fies oh gott mann mensch du kriegst mir perle ich will nur hier sich besiegen nein es gibt so nicht also ich dachte schon ey ich muss jetzt wieder hin anfangen okay er verschießt diese dinge anscheinend ich dachte sehr von meinem von meinem laser und was aber okay anscheinend nicht der boss kann anscheinend überhaupt gar nicht ich will äh angreifen und jetzt kommt wieder hin was achso was macht er das selber ja ich heule ich werde die geile gewesen wenn sie auch so verschiedene dinge gehabt hätten wenn sie trotzdem es sind sie wiederhoff stück zu jetzt nach oben müssen wir anscheinend oder wo müssen er es ist anscheinend schon nach oben okay geht auch wieder nach oben und es hat sich das spiel ich kotze mich an es kostet mich generell ich bin das so ja ja die gtg 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 gtgg gtg gtgg 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 gtggf gtgggg fahrer hier bin ich wir voll und jetzt brauche ich auch wieder durch nichts vor dem sollte für eigentlich super ja genau müssen ich noch die und jetzt hier mit dem wo man mit dem nicht das ich hab keine wollte für mann kurz nicht einfach nur da könnte ich es gibt auch schon stellen wo ich wo ich mich echt anstelle oder was weiß der teufel das ist hier runter nein ich will hier runter ist jetzt neu hier der ist doch reingefallen wie tief ich hatte 110 leben sagte so gar nichts mir gefällt mir gar nicht da kann ich wirklich kurz besser und warum zieht das denn so viel leben ob es das schlimmste der ganzen sache so auch unter mit dir so scheint wenn ich für leife bringt mir das nichts Oh, das ist doch nichts. So, was gibt's? Oh. So, und... Na, warte. Oh, warum? Irgendwie, irgendwie, das gibt's doch nicht. Ja, ruckel du mal dahin. Lass mich du hier. So. So. So, hier... Die kotzt mich irgendwie an. Warte, bis der hier... Leute, willst du mich verarschen? Boah. Jetzt kotzt mich wirklich langsam an. Alter, die ist mir schon so heiß. So. Wieso häuftet er sich da nicht? Wieso muss ich das Ding erst berühren? Die gibt ja auch so viel Sinn. So, jetzt hier hoch. So, jetzt auch. Boah. Jetzt aber, jetzt komm schon. Jetzt muss ich nicht gleich. Boah. Ich bin doch... Wie tief? Das ist doch reingefallen. Man muss natürlich wahrscheinlich genau in der Mitte das Zeug fallen lassen, was total behindert ist. Boah, ihr verpisst euch hier. Blöden. Sicher. Warum springt er denn? Warum? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Also langsam wird's echt bescheuert. Nicht peinlich, sondern bescheuert. So. So. Ich drück gar nichts. So. Ich drücke jetzt gar nichts. So, jetzt bin ich von alleine runtergefallen. Warum? Jetzt will ich hier hoch. Und jetzt aber. So. Endlich. Hey. Boah. Das gibt's doch nicht. Ja, 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 blablabla. Ich dachte schon jetzt, wohne ich bei den Schochen, weil ich sie noch rechts gesprungen wäre. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben auch noch ein Bus. Anscheinend. So. Da ist er, da ist er, da ist er. Uuuu. Bist gut. Wass auf. Wass auf. Wass auf. Wann? 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 kommen nicht weiter hoch hier also ein bisschen tricksen jetzt ist auch so sie natürlich vermeiden dass ich nicht sterbe hier als sonst muss ich die eisen zu wiederholen das ist irgendwie nicht ganz so geil das habe ich nicht getroffen ich muss auch wenn es heißt muss wort nach zu platt von mir oder ich gern auch so genau jetzt kann ich sie aufschließen jetzt wo ich da auch irgendwie hin dass ich das verschafft dass irgendwie wieso habe ich die wix bis zu noch getroffen die woche bei vorbeiermung äh hässliches ding vielleicht gibt es hier irgendwas von der koffer ist anscheinend don't waste warm okay das war jetzt nicht verstanden aber das ist wie der ja und jetzt geht es super das ist die ganze scheiße da unten nach hinten daran dass ich eigentlich das spiel als jetzt mal so ein wenig aus posten hier auch gemacht cheater jetzt bin ich bereit wo waren das es war irgendwo hier ja hier aus genau spaß jetzt aber ich bin bereits echt jetzt los bestimmt gibt es hier noch irgendwo monster die ich nicht gehört habe ich habe das gefühl dass auch das endet langsam ist ja ich muss nach oben vielleicht machen wir es extra nur so damit man auf sicherheit geht wenn irgendwie weil sie auch nicht wenn man doch nicht so viele monster aber die regnet wahrscheinlich so aus dass man wahrscheinlich wenn man die post gekippt nur genau 89 hat ok da darf ich nicht springen egal ob die eingefahren sind da muss museen denkmaler geschichten kultur und eine langeweile sagen noch wie konnte ich noch nachlässig sein habe mich schon wieder selbst eingeschossen noch dazu ist das dna dinge entkommen der post bringt mich um kopf kopf hat mal wer passiert der post ist hier die dinge noch mal nutzen ich weiß es nicht also ist das ein bus die pyramide aber wird jetzt was ist das ich ziehe ich muss nach unten schieben deswegen lauft hier zeit auf und das leckt schon wieder schön schön aber schön geschießt oben auch geschießt hier aber nicht durch finde ich ja toll und so jetzt weiter weiter im kontext die zeitanzeige war anscheinend weg so so komme ich tatsächlich durch ja ja bla bla wieso wieso haben wir das eigentlich so gemacht dass die dass man quasi immer wieder wenn man da hinkommt immer wieder das event auslöst warum warum so was unnötiges sind die total unnötigen total zeitkosten der scheiße